Samsung bringt neue Handys raus und alle schauen gefühlt wieder nur auf das S22 Ultra. Das teuerste, größte, das beste. Aber ich bin ehrlich mit euch, dieses Jahr gefällt mir das normale S22 deutlich am besten. Es ist ein modernes und aktuelles Flaggschiff, das man mit einer Hand bedienen kann. Die abgerundeten Displayränder sind raus, stattdessen gibt es einen kleinen Rand, der außenrum komplett symmetrisch ist. Gefällt mir persönlich viel besser. Der Prozessor ist der gleiche wie im teuren S22 Ultra, genauso übrigens auch der Fingerabdrucksensor. Unter dem Display baut Samsung da mit Abstand die schnellsten, weil sie auf Ultraschall setzen. Natürlich, es ist das günstigste neue Modell, also ist nicht alles so mega geil. Zum Beispiel hat das Ultra eine Kamera mehr und ist beim Zoomen damit auch deutlich besser. Außerdem ist der Akku im normalen S22 einfach zu klein, sogar kleiner als im S21. Trotzdem macht mir dieses Jahr das kleinste Modell am meisten Spaß.